So Freunde, Sparfüchse aufgepasst, wie würdet ihr es finden, ganze 775 Zigaretten für nur 64 Euro zu stopfen? Das schafft ihr nicht mit der Megabox, auch nicht mit der Gigabox, sondern mit der Paramount Titanbox. Und was diese Box alles kann, erfahrt ihr jetzt von mir. Los geht's! So Freunde, 775 ist natürlich erstmal eine große Zahl. Der eine oder andere fragt sich jetzt, wie viele Zigarettenpackungen sind das überhaupt? Es sind knapp 39. Die Antwort habe ich hier einmal für euch vorbereitet. Und jetzt kommen wir zu den Basics. Also Freunde, mit dem Paramount bekommt ihr einen wirklich erstklassigen Volumentabak. Ihr habt mischtechnisch hier einen American Blend, bestehend aus Virginia, Burley und Orient Tabaken. Diese Mischung kennt ihr schon von anderen Tabakmarken, wie zum Beispiel Marlboro, LM oder Camel. Qualitätstechnisch ist hier alles tippitoppi. Der Tabak ist wirklich sehr, sehr fein gearbeitet, eignet sich exzellent zum Stopfen. Gerade für Anfänger ist das auf jeden Fall auch die richtige Adresse. Und Paramount schafft es, trotz des hohen Volumens auf jeden Fall noch das Budget gerade für unsere preisorientierten Kunden im Blick zu halten. Für all diejenigen, die sich jetzt vielleicht noch fragen, warum soll ich überhaupt mit dem Stopfen anfangen? Ich rauche doch aktive Zigaretten. Wenn ihr stopft, habt ihr auf jeden Fall ein deutlich besseres Preis-Leistungs-Verhältnis, was natürlich auch zur Folge hat, dass ihr extreme Kosten einspart. Und ihr könnt dadurch wirklich viel, viel besser kontrollieren, wie viele Zigaretten ihr raucht und wie viel ihr im Monat für euren Tabak ausgebt. Ich habe mir selbstverständlich auch die Zeit genommen und das Ganze einmal ganz genau für euch durchgerechnet, um euch zu zeigen, was genau am Ende des Jahres in eurer Brieftasche drin bleibt. Gehen wir vom Normalraucher aus. Nehmen wir an, ihr raucht eine Schachtel pro Tag. Die Schachtel kostet derzeit im Schnitt so 8 Euro circa. Kosten pro Monat 8 mal 30 machen 240 Euro im Monat. Wenn ihr das Ganze aufs Jahr rechnet, 8 mal 365 seid ihr bei ganzen 2920 Euro, die ihr im Jahr für eure Zigaretten ausgebt. Kommen wir zum Stopfen. Stopfen mit Paramount. Kostet die Zigarette 64,95 Euro, geteilt durch die 775 Zigaretten, die ihr im Schnitt rauskriegt, kommt ihr auf einen Zigarettenpreis von 8 Cent. Das ist Wahnsinn, was die Zigarette hier im Gegensatz zur aktiven Zigarette kostet. Wenn wir das Ganze dann aufs Jahr rechnen, ihr raucht 20 Zigaretten am Tag. 20 mal 8 Cent kommt ihr auf einen Packungspreis von 1,66 Euro. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, Freunde. 1,66 Euro im Gegenzug zu 8 Euro. Also das ist wirklich Wahnsinn. Und wenn wir das Ganze dann noch aufs Jahr hingesehen betrachten, ja, Kosten pro Jahr 365 Tage mal 1,66 Euro, kommt ihr auf 609,90 Euro. Das bedeutet, ja, und das ist jetzt ganz wichtig, ihr spart 2,300 Euro. Überlegt euch einfach mal, was ihr mit 2,300 Euro alles machen könnt. Für alle, die noch immer noch nicht so ganz vom Stopfen überzeugt sind, ich zeige euch jetzt einmal, wie einfach es ist, euch zu Hause selber eine Zigarette zu stopfen. Ihr braucht dafür eine Stopfmaschine, welche ist an der Stelle eigentlich egal. Dann braucht ihr natürlich euren Paramount-Tabak und passend dazu habe ich mich natürlich für die Original Paramount-Hülsen entschieden. An der Stelle vielleicht auch nochmal gesagt, wenn ich den Tabak jetzt so in der Hand habe, man merkt wirklich, das Ganze hat Qualität. Es ist wirklich sehr, sehr fein verarbeitet, obwohl es ein Volumentabak ist. Es ist leicht, es ist fluffig, also hier auf jeden Fall ein exzellenter Tabak zum Stopfen. Dann nehmt ihr euch ein bisschen Tabak weg, der wird dann einmal hier oben in diese Lasche eingeführt. Ihr bekommt auf jeden Fall mit der Zeit noch ein Gefühl, wie viel Tabak ihr für diese oder pro Zigarette nutzen müsst. Ja, das ist immer so eine Ermessenssache, da werdet ihr mit der Zeit auf jeden Fall ein gutes Gespür für bekommen. Der Tabak wird dann hier einmal reingedrückt, festgedrückt. Danach nehmt ihr eure Hülse, steckt die einmal hier auf. Dann wird das Ganze einmal geschlossen. Es macht Klick und dann... Und schon ist eure Zigarette fertig zum Rauchen. Und wer von euch kann mir sagen, welche Zigarette die aktive und welche die gestopfte ist? Ich kann es auf jeden Fall nicht sagen und ich verspreche euch, ihr erkennt den Unterschied auch nicht. Beide Zigaretten schmecken gleich, haben die gleiche Qualität, können beide dasselbe. Der einzige Unterschied, den merkt ihr am Ende im Portemonnaie, denn diese Zigarette kostet euch 8 Cent und diese aktive Zigarette kostet euch Ganze 5 Mal mehr, nämlich 40 Cent. Also überzeugt euch selbst. Bevor ich mich verabschiede, habe ich natürlich noch was Exklusives nur für euch. Ihr habt die Möglichkeit, eine von 10 Titanboxen inklusive Paramount Taschenaschenbecher abzuräumen. Das Einzige, was ihr dazu tun müsst, im Checkout den Gutscheincode TITANBOX2024 eingeben und mit etwas Glück findet ihr eure Titanbox in eurem Paket wieder. Also keine Zeit verlieren, Grüße gehen raus, euer Dennis.